Eva Pattberg, wie sie weltweit bekannt ist. Top gestylt, freundlich und überhaupt nicht abgehoben. Wer das Topmodel aber mal nicht wie hier bei Vella als Markenbotschafterin erlebt, sondern auf der Bühne beim Musikmachen, der kennt sie wohl auch anders. Also wenn wir performen, habe ich die Haare meistens offen. Ich mag das, wenn das dann fliegt und wenn ich dann irgendwie so ein bisschen wirklich mal so drin bin und abrocke, dann muss irgendwie das Haar mitleben. Und das ist auch okay, wenn es danach dann irgendwie verschwitzt aussieht oder so. Ich finde, das gehört irgendwie dazu. Da hat man auch das Gefühl, man hat was getan. Hier auf der Messe Top Hair in Düsseldorf wären solche Frisurenschäden natürlich schnell behoben. Von der Schere bis zum Frisurentrend, alles da für Topmodels oder ganz normale Menschen.